Der schwarze Todesweil hat seine Pforten geöffnet und seine Armeen ausgeschmieden. Wer halbrennt und von der Patien bleibt nur noch Asche übrig. Die Schlacht in den Wolken hat Gareth ins Chaos gestürzt, Rassassur hat die Toten rekrutiert. Romeles ist an Asmodeus' Geier gefallen, Fyraat breitet sich aus, Hathax plündert die Ländereien und Aventurien steht kurz vor dem Untergang. Die Zwerge haben Anbar verloren und sinnen auf Rache. Sie sammeln ihre Truppen, kann Rohaya den Sturm abwenden und das Mittelreich retten. Die Zwerge haben Anbar verloren und das Mittelreich geöffnet. Vielen Dank.